Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, es geht schon gut los. Ich bin schon wieder nervig wie eh und je. Das heißt, wir machen den jetzt erstmal ab. Der hat sich gerade schon einmal fast hingeschmissen. Was sagt man dazu? Ich weiß nicht. Du solltest dich noch nicht hinlegen. Hallo? Gut, wir liegen erstmal. Was soll denn das schon wieder? Es ist auch sehr windig hier. Ist es? Ist es. Nein. Hallo, bist du fertig? Oh, Feini! Bis jetzt läuft es auf jeden Fall total gut mit dem wieder antrainieren. Wir sind jetzt im Moment ganz fleißig dran. Und so wie es aussieht, sind die Hufe auch wieder fit genug, dass wir wieder ein bisschen mehr machen können. Und wir basteln uns einfach mal so rein und gucken, mal, wie es sich so entwickelt. Und im Moment gefällt er mir auch in der Bodenarbeit total gut. Ich bin gespannt, wie er heute ist. Wahrscheinlich jetzt, wo die Kamera läuft, macht er wieder nur Unsinn oder so. Wo wolltest du denn eigentlich hin gerade? Ja, da möchte ich das einfach so ein bisschen voll, bis du einfach nett kommst. So. So. Und schon mal so ein bisschen. Nicht in den sich beißt. Nicht beißt, nicht beißt. Nicht beißt. So. So. So ein bisschen seitwärts sitzt. Und auch seitwärts in die andere Richtung. So. Aber ohne beißen. So. 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 Wenn wir jetzt die Tage auch immer wieder viel gemacht haben, ist, dass er auch so ein bisschen seitwärts auch nicht zukommt. Wie man sieht, das findet er ein bisschen doof. Da kommt dann direkt so ein bisschen, ja, zu sein Überlegen, ob er nicht doch lieber einfach abhaut. Wie sei es noch ein bisschen schwieriger? Ja. Hinterfüte. Ja. 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 Gut. Ja. Ja. Ist halt so. Halbwegs. Okay. Ja. Fein. So. Da wird gerade mein tontechnischer Freund gestartet. Oh, ich muss das Handy an meiner Fasche legen. Das klocket jetzt mal so rum. Das nervt mich. Ja, kannst du mir geben. Kannst alles hinterlegen. Oh, da vergisst du es. Ja, ich auch. Nein. Nicht umreifen. So. Jetzt hätte ich gerne schon mal einmal. Das wäre jetzt auch nicht zu. Gut. Aber es staubt schön. Ja. Gut. Ja. Noch ein. Komm. Ja. Fein. Es ist nicht welches Lieblingsübung. Und ein Auge an Luft. Schon wieder. Ja. Iiii. Monster. Okay, machen wir Lieblingsübungen. Ja. Gut. Ich muss mir erst noch was erzählen. Aha. Ja. Das sehe ich auch so. Gut. Gut. Diese Lieblingsübungen möchte er sagen. Ja. Okay. Das heißt, wir brauchen dich ja wirklich auf Abstand. Sollen wir da vorne herkommen? Ja, bitte. Ja. 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 Sehr schön. Wenn er nicht immer dabei in den Stick beißen würde, wäre das ganz nett. Was machst du denn da? Es ist halt einfach Bane. Es ist einfach Bane. Du bist ein Monster. Wirklich. Ja. Wirklich. Erwischt. Nicht, zuh, 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 zuh. Das hieß Puppe umdrehen. Zu mir. Komm. Nicht hinlegen. Danke. Okay, warte. Und. Boah, beeindruckend. Nee. Oh Gott. Fast. Können wir da mal ein bisschen spektakulärer? Oh Gott. Mehr kommt da heute nicht. Gestern war der Wahnsinn. Aber ja gut, egal. Was wollte ich denn jetzt tun? Ich hatte irgendwas ganz Besonderes jetzt vor. Aber was war das? Was machst du? Geh erst mal in der Nase raus. In die Nase filmen. Nein. Doch. Ach. Ich wollte ihn galoppieren lassen. Das ist im Moment mal besser, mal schlechter. Da ist ja unser Wegrennen-Problem meistens. Er hat mir wieder was zu erzählen, aber wir probieren es jetzt. Komm. Ich bin auch gar nicht galoppiert. Ich bin auch gar nicht galoppiert. Ich hoffe, ich kriege den Trecker irgendwie rauseditiert. Okay, jetzt klappt es. Jetzt klappt es. Danke. Gut. Nein. Das war doch fast gut. Einmal andere Seite. Komm her. Oh. Oh. Du kannst mir doch Bescheid sagen, dann filme ich von unten. Ja, aber da kommt ja nichts Spektakuläreres. So. Das lohnt sich nicht voll auf. Ciao. Danke. Du bist gut. Du bist gut. 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 Ja. Ja. Nee, komm. Okay. Gut. 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 Okay, gut. Komm. Du bist gut. Ja, gut. Komm. So, noch ein bisschen Spielerei zum Schluss. Ich kann nicht mehr... Naja, demnach hören wir jetzt bis erst wieder auf. Ich glaube, der Kopf ist heute eh nicht so ganz dabei. Aber wir waren die letzten Tage auch echt fleißig. Ich glaube, die nächsten Tage müssen wir wieder ein bisschen longieren, um ein bisschen Strecke zu machen. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abonnent, und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nachfährt, riecht es ein guter Tag. Beiß mir nicht in den Hintern. Bye. Tschüss. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey. Oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Ne, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Aufschlösen. Aufschlösen.